Hallo und willkommen zurück zu Enderrel und dieses Mal werden wir uns die Bruderschaft der Koa ansehen. Und das Ganze geht hier los bei dem Muradenwärter im Südviertel. Guten Abend. Soll ich den Namen Ruka ist ein Begriff von Mirella? Göttertumsgesuch erzählen und um Passage bitten. Und Passage erbitten, achso. Die alte Göttertrunk, meint ihr? Hm. Dann hat sie tatsächlich jemanden gefunden. Ja, ich denke, dass ich euch zur Insel bringen kann. Aber seid vorsichtig, in Ordnung? Ich meine, aus der Ferne Knochenreißer dort gesehen zu haben. Hm. Und wo sind wir jetzt hier? Okay, das hat also nichts mit der normalen Spielwelt, sag ich mal, zu tun. Sondern es ist komplett separat. Und ohne Port kommt man hier wahrscheinlich auch nicht wieder runter. Da hinten war es am Blitzen. Was macht denn das Huhn da? Musik weiß ja auch nicht so recht, was sie will. Die Insel der Chor nach Hinweisen und das Schicksal der Kultisten durchsuchen. 0 von 7. Dann machen wir das mal. Was soll das erstellen? Blume. Blume. Naja, also ich vermute mal, dass die ihren Beitrag geleistet haben. Das Verschlimmten der Kultisten denn. Das Verschlimmten der Kultisten. Geht erst mal einmal um die Insel rum. Ups, Schädel. Boah, war nicht unbedingt die harten Pfeile zu verschießen. Der reicht. Geht. Opa. Dumm. Das ist eine Riesenkrabbe. Okay, einmal bin ich jetzt um die Insel rumgelaufen. Aber vor allen Dingen nach außen hin. Jetzt gucke ich mal ein bisschen noch nach innen. Kann natürlich sein, dass es da drinnen dann auch noch einen Dungeon gibt. Da bin ich mir eigentlich sogar ziemlich sicher. Denn hier gibt es jetzt gar nicht so viel Fläche, wo man großartig noch was verstecken könnte. Nein, ich glaube, da bin ich noch nicht. Jetzt bin ich einmal rum. Das ist schon etwas größer. Hütte. Hier haben wir einen Steinkreis, aber ist quasi nichts. Da bin ich noch nicht mehr so großartig. Dann landen wir da oben mal an. Hütte. Na, kann ich auch direkt wieder laden. Ah, das Vieh kommt nicht mit. Ohne den Vieh wird das etwas haarig. Ohne den Vieh kommt nicht mit. Okay, die kommt anscheinend nicht hier mit dem Bett klar. Seltsame Büste. Eine Büste, die Maske wirkt seltsam, lebendig. Ob es sich um die Gottheit des Kultes Chor handelt? Ohne den Vieh kommt nicht mit. Kann man damit jetzt immer wieder interagieren oder was? Hat das gezählt jetzt als Hinweis? Nee. Also da rechts ist immer drin gewesen. Dann gehen wir jetzt einfach mal gegen den Uhrzeigersinn in die nächste Bude. Wehe, da ist jetzt überall so eine... Hier ist ein sehr seltsames Licht. Bücher. 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 Da ist eine Seite. Okay, da muss ich bei dem anderen auch nochmal gucken, ob da nicht vielleicht was unter dem Bett lag oder so. Ob es sich um die Gottheit des Kultes Chor handelt? Okay, dann laufen wir nochmal rüber. Was macht der denn da unten? Die Gottheit. Jetzt. Wem Autohin. Öff. Mädchen. Da. Die Gäste. Ich bin in Ruh. Aber in Ruh. Ich bin, bin. Ah, da. Aha. Ist das jeweils... Wie ist das? Chor? Brief der Chor. Schor? natürlich gegen Sollt, wer in dieser Welt würde schnell was umsonst tun. Ein paar Meilen vor die Küste gebracht, sahen wir die Silhouette unserer neuen Heimat. Da lag sie im Sonnenuntergang. Schneeweißer Sand, die Palmen sanft im Wind wehend. Insular Coris, Coris Insel. Ich werde die überraschten Gesichter nie vergessen. Kleinen Moment. Nie vergessen. Haben wir noch mehr? Die Insel begrüßte uns mit frischem Holz, Nahrung und perfektem Wetter. Binnen zweier Tage waren erste Behausungen errichtet und wir machten uns an den Bau des Gemeindehauses. Auch die magische Barriere, die uns vor bösen Mächten und Knochenreißern beschützen soll, funktioniert wie geplant. Scheint, als wäre dieser Arkanist sein Geld wert gewesen. 13 Brüder und Schwestern zählen wir an diesem Tage und 13 werden wir sein, wenn wir uns hier zu Grabe legen und unser Geist in Coris endlose Liebe übergehen wird. Schwester Durella, bla bla bla. Hier sitze ich, Feder und Papier, die einzigen Freunde, mit denen ich meine Sorgen teilen kann. Es ist die Insel. Schon nach dem Traum war ich beunruhigt über diese seltsamen Bilder. Ja, ich habe die Insel gesehen und ja, bin mit ihren weißen Stränden und den fruchtbaren Boden wirkte sie wie der Himmel auf Erden. Aber dennoch, da war etwas anderes. Syllus deutete meine Zurückhaltung als Schüchternheit, aber das war es nicht. Es war Unbehagen. Selbst als ich ihn später davon erzählte, wollte er jedoch nichts davon wissen. Er ist überzeugt, dass er es Cor war, der mir die Vision gesandt hat. Es ist unser Schicksal, hier zu leben, bis wir in sein Reich übergehen. Aber bin ich denn die Einzige, die es spürt? Die sieht etwas haust hier. Und wenn das Cor's unendliche Liebe sein soll, bin ich die Goldene Königin. Dieses Flüstern im Wind, der Palmenblätter, das Brennen auf meiner Haut, wenn ich in die Sonne trete. Und ja, vielleicht bilde ich mir das ein, aber was ist mit den Fratzen auf den Wänden? Raghur sagt, es ist eine einfache Verfärbung des Holzes. Aber bin ich denn die Einzige, die darin Gesichter sieht? Dennoch, mir sind die Hände gebunden. Mit jedem Tag, der vergeht, scheint Sylleris mehr in eine fast unheimliche Glückseligkeit abzugleiten. Er ist fest davon überzeugt, dass wir unsere Bestimmung gefunden haben. Fort. Wir müssen hier fort. Und das so schnell wie möglich. Aber im Augenblick bleibt mir nichts anderes, als zu warten. Cor's Liebe wird mir den Weg weisen, so wie sie es damals getan hat. Okay. Auf zur nächsten Hütte. Dann gehen wir halt jetzt mit dem Uhrzeigersinn. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Niemand. Brief der Chor. Dritter Brief der Chor. Das Bündel Papiere scheint eine Art Schriftschriftaustausch der Chor gewesen zu sein, die sich dieses Schweigegelöbdes wegen wohl andere Wege der Verständigung hatten ausdenken müssen. An den unterschiedlichen Handschriften könnt ihr die beiden Gesprächspartner erkennen. Dokumente sind auf die 25. Sommer noch datiert. Ja, sie ist seltsam in letzter Zeit, aber mach dir keine Sorgen. Sie braucht Zeit, sich an all das hier zu gewöhnen. Du weißt doch, wie sehr sie an Ark gehangen hat. Mag sein, aber was ist mit dem, was sie erzählt? Das flüstern, diese Fratzen in ihrem Zimmer. Fängst du jetzt auch noch damit an? Das sind Flecken, Verfärbungen, weiter nichts. Meinst du wirklich? Ja. Ich muss dir etwas sagen, Rukas. Darf ich? Was soll die Frage? Natürlich darfst du. Dieses Flüstern. Ich höre es auch. Und diese Hits, die Schrift ist hier abgebrochen. Dana, wir sind hier sicher. Syllerus sagt es und ich spüre es ebenso wie er. Diese Insel ist ein Geschenk von Kor und wir werden hierbleiben, bis es soweit ist. Vertraue mir einfach. Du weißt, dass ich niemals zulassen würde, dass dir etwas zustößt. Na dann kann ja nichts passieren. Bei den Büchern handelt es sich hauptsächlich um Abhandlungen über die Alchemie, Rezepte oder Kräuterkunde. Mhm. Hmm. Baaam. Er hat jetzt nicht so wahnsinnig viel genutzt Na gut, aber so stark sind die auch nicht Ach, da war noch einer Oder kommen die da aus dem Portal raus? Dann essen wir doch ein Stück Käse Und auch das hier Ne, ist aber nur eine versiegelte Tür Okay Okay Uh-huh Brief der Chor Kann man nicht essen Chor Vierter Brief der Chor Schwester Corrie Tatsächlich war das Schlimmste, aber nicht der Anfall Es war die Gleichgültigkeit mit der Sylleris und die anderen Enner Männer soll das wahrscheinlich heißen, keine Ahnung Nachdem sie Durella in ihre Hütte gebracht hatten, weitermachten, sonst wäre nichts gewesen Für sie scheint es schrecklich einfach zu sein, ihren Zustand als Wahn abzutun Ich kann das nicht Und schlimmer noch, ich weiß, wovon sie spricht Lange habe ich mir versucht einzureden, dass auch ich mir das nur einbilde Aber das tue ich nicht, das Flüstern ist es da Und überall dem liegt, wie ein Schleier diese Gewissheit, dass etwas nicht stimmt Ich fühle mich wie ein Kind, dessen Vater ihm eine lebensechte Wachsfigur schenkt Und es davon zu überzeugen versucht, dass sie ihr Freund sei Ganz gleicht, wie kunstvoll sie angefertigt ist Und wie makellos die Haut zu sein scheint Am Ende ist sie tot Und es war von Anfang an Leer Was für ein Kind Und Wir sind Wir sind Wir sind Die ist zu Da haben wir noch ein Haus Nötig einen Schlüssel Bananenbaum Das ist neu Bananenbaum Aber sonst ist hier nichts Benötigt einen Schlüssel Das ist die andere Seite Von dem selben Haus Ne Doch Ach nee Ist wieder so ein neuer Fleck gekommen Das ist nervig Da kommt man nicht ans Ei Höter Kor Es sind jetzt schon fünf Wieder findet ihr einen Schriftaustausch Er kennt die beiden Handschriften wieder Es sind die von Rukas und Schwester Denja Ich muss mit der reden Rukas Was ist? Ich hab zu tun Rukas Ich kann nicht mehr All das hier Es ist einfach zu viel Es geht um Sylleris Oder? Was er heute getan hat Er hat sie geschlagen Verdammt nochmal Er hat sie mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen Sie hat es verdient Was? Sie hat es verdient Hast du nicht gehört Was sie tun wollte? Sie wollte uns verraten Denja Verraten Das ist doch nicht wahr Sie wollte gehen Weil es ihr schlecht geht Und sie hat Und sie hat sie gesagt Was? Dass sie wiederkommen würde Was sie nicht vorhatte Und selbst wenn Sie darf nicht gehen Das hier Denja Das ist unsere Heimat Kord uns hierher geführt Und die Insel zu verlassen Bedeutet auf seine Liebe zu spucken Und überhaupt Diese Fotze sollte sich glücklich schätzen Dass Sylleris es bei ein paar Schlägen belassen hat Wie kannst du so etwas nur schreiben? Was? Fotze? Es ist ganz einfach Siehst du? Wir sollten es ihr auf die Stirn tätowieren Vielleicht denkt sie dann Nächstes Mal Ein Arm weit länger Bevor sie unseren Glauben Derart mit Füßen tritt Was ist? Hat es dir die Sprache verschlagen? Du machst mir Angst, Rukas Tue ich Vielleicht ist es besser so Wir wollen ja nicht Dass du auf ähnlich dumme Gedanken Wie Corrie kommst Die Insel ist ein Geschenk, Dana Cor hat uns hierher geführt Um ein Leben von den Fängen Des Demiurgen führen zu können Fern von den Fängen des Demiurgen führen zu können Und jetzt befolge meinen Rat Und halte zukünftig besser Dein ketzerisches Maul Ich will nicht zu ähnlichen Mitteln Wie Sylleris greifen müssen Aber glaubt mir Ich tue es Wenn es notwendig ist Aha Okay Bin auch kein Fan von Profanity In Spielen Muss ich sagen Ähm Datteln Korp Kokosnuss Kokosnüsse Glimmernde Kultisten-Axt Aha Aha Naja Okay Da waren wir noch nicht drin Wieder findet ihr einen Schriftaustausch Dieses Mal weisen die beiden Handschriften auf Schwester Dana Und ich glaube nicht Und ich glaube nicht dass du mich brauchst um dir das zu sagen Oder willst du mir ernsthaft erzählen dass du einfach nur die Treppe heruntergefallen bist Lügen war noch nie deine Stärke Dana Eingetrocknete Tränen haben die zittrige Schrift auf Danas folgenden Zeilen verwaschen Er Guter Mensch Verdammt Verdammt Doch nicht einfach Verlass Du verlässt ihn nicht Er hat dich verlassen Heute Nacht Eine Stunde nach dem Gemeindegebet Rugas Augen sind schlechter als die eines altersschwachen Leos Und er wird nichts mitbekommen Wir nehmen eines der Bote Wasser Eine Büste Die Maske wirkt seltsam lebendig Ob es sich um die Gottheit des Kultes Chor handelt Vielleicht musste ich auch die irgendwie alle aktivieren oder sowas Okay Wie baut denn da eine Absperrung zwischen? Das dürfte dann das letzte sein Das waren alle sieben Bruder Sileris 26 der Morgenröte Blabla Die Sonne steht blutrot am Abendhimmel Und die Wellen rauschen friedlich Welch ein erhabender Anblick Ein letztes Geschenk von dir Bevor wir endlich deine unendliche Liebe empfangen dürfen Rugas ist heute aus Südenheimen zurückgekehrt Und hat sowohl die Tränke Als auch das Was wir für das große Mahl benötigen mitgebracht Die anderen bereiten seit gestern Abend das große Mahl vor Wie es duftet Ein wahrer Segen Danach wird alles so geschehen wie du es wünschst Und ja Was letzte Woche passiert ist erfüllt mich ebenso wie dich Mit Trauer Aber du hast es selbst gesagt Dein Weg ist der der Liebe Und der des Demi-Jurgen ist der des Hasses Cory und Dana haben den des Demi-Jurgen gewählt Weil ihr Glaube an dich zu schwach war Sie haben den Preis dafür gezahlt Wir hingegen Deine wahren Jünger Wissen um deine unendliche Barmherzigkeit In der du uns hierher geführt hast Wir sind deine Kinder Und deine Liebe durchflutet uns Von Kopf bis Fuß Sie fließt durch unser Blut Und schläft im Mark unserer Knochen Der Tag des Aufstiegs ist gekommen Und dann haben sie sich selber umgebracht Aber in dem Fall wäre es auch Schwachsinn gewesen Die von der Flucht abzuhalten Und die sowieso Sich abmorgsen wollten Wobei man natürlich nicht weiß Welche Zeitunterschiede dazwischen sind Würde man wahrscheinlich wissen Wenn man die Daten sich und den Briefen angucken will Aber Äh Nein Äh Okay Woah So dann finden wir jetzt mal einen Weg Falls das nicht schon deaktiviert wurde Weil wir diese ganzen Dinger benutzt haben Notiz an Silon Die Medaillons der beiden toten Schwestern finden Wenn du das liest Und ich hoffe inständig Dass dies der Fall ist Weil es bedeuten würde Dass du wieder zu Sinnen gekommen bist Heißt das Dass Kor uns bereits in seine Arme gerufen hat Die Barriere soll verhindern Dass die Bieste aus Dünenheim Unseren heiligen Ort verwüsten Aber auf den Amuletten Unserer beiden toten Schwestern Dürftest du dir heiligen Worte finden Bitte Silon Komm zu uns Kor's Liebe durchflutet dich Nach wie vor Von Kopf bis Fuß Jeden Winkel deines Körpers Deiner Knochen Deines Herzens Ich spüre es einfach Und seine letzte Umarmung Wird glorreich sein Guck mal Eterne Ohren Obgleich nichts physisches Euch von der Tür zu trennen scheint Stößt eure Hand auf eine Barriere Wenn ihr die magischen Blitze Durchdringen versucht Die Medaillons der beiden toten Schwestern finden Hmm Vielleicht ist jetzt auch diese eine Tür, die vorher verschlossen war, offen. Hier waren, glaube ich, diese... Nee. Dann gehe ich nochmal diese Dinger durch, die... ...Wohnungen. Hier war ich als erstes oder als zweites drin. Da kann man nicht mehr mit interagieren. Hm. Hm. Irgendwo diese Bücher, wo das drin stand mit den... ...Amulett-Dings. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass das auch so gemacht ist, wie mit den... ...mit der einen anderen Quest, wo dann einfach die... ...einfach irgendwo jetzt draußen, was ich schon erkundet habe, jetzt einfach noch zulässliche Leichen erscheinen oder sowas. Na? Na? Na, hier war dieses Holzfäller-Ding. Da. Ja. Ja. Nein, das ist nichts. Das ist nichts. Schiffsruder Da ist Blut Aber Es sieht jetzt auch nicht aus, als wenn da Jemand beerdigt worden wäre Oder verbrannt oder was weiß ich was Kann aussehen, dass wir irgendwo in den Hütten Einen Schlüssel finden müssen Ehrlich gesagt von so Versteck Versteckten Sachen finden Bin ich auch nicht der Fan Bin ich auch nicht der Fan Das kann ja jetzt wirklich hier überall sein Okay Die sind quasi neu gespawnt Sonst hätten die mich eben schon angegriffen Aber wenn das Gegner sind, sind die zumindest findbar Statt als wenn da jetzt irgendwo nur Leichen gelegen hätten Aha Jetzt muss man wieder einen Weg hoch finden Okay Die cleversten waren das auf jeden Fall nicht, die das hier gebaut haben. Also mit dem Holzverbrauch. So, dann gucken wir mal. Obgleich nichts mehr bla bla bla. Inschrift der Medaillonsaufsagen. In korpsenendlicher Liebe wollen wir erblühen. Gemeindehaus. Okay. Okay. 来ует. Naja, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig sinnvoll angeordnet, sage ich mal. Ich glaube, die hatten erwähnt 13 zu sein, oder? Blablabla. Blablabla. Pferdekeule. Hier haben sie auf jeden Fall alles schön mit Happa Happa vollgehauen. Okay. Hm. Hm. Yum yum. Gut, hätten wir das. So, Gemeindehaus. Äh, erstmal speichern, bevor ich den Kram wieder einsammeln muss. So, Alztüre. Ne? Ne? Äh, wollte ich jetzt eigentlich nicht. Kochstelle! Ne? Das ist ja so. auf jeden Fall deutlich interaktiver, sage ich mal, als diese ganzen Bibliotheken und Alchemielabors, die ich vorher gefunden habe, wo ja wirklich gar nichts war, womit man interagieren konnte, was ein bisschen dämlich gewirkt hatte. Nicht, dass mir das jetzt hier wahnsinnig viel helfen würde auch, da geht's runter, okay. Da haben wir noch Ratten. Massive Truhe. Kiste. Kiste. Okay. Dann gehen wir mal runter. Wahrscheinlich geht's in eine andere Zone. Keller. Was ist denn jetzt eigentlich unser Questziel? Haben wir gar nicht. Für mich klingt das alles andere als beruhigend. Vielleicht konnte ich durch die Medaillons der beiden Schwestern, die zu fliehen versucht, einen Weg in das Gemeindehaus finden. den Weg rein haben wir ja. Unterirdische Höhle. Okay. Sympathieverlust zur Folge haben. Ja, das ist halt... Ich bin mal gespannt, wie man dann hier wieder rauskommt. Ich bin mal gespannt, wie man dann hier wieder rauskommt. Also, ich bin mal gespannt, wie man hier rauskommt. Ah, das ist halt Da ist noch nicht mal Luft. Ja, ja, ja. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was ich da für ein Trank. Dadurch, dass wir jetzt direkt hier drin waren, haben wir auch die Grafik quasi kaputt gemacht. Ja, ja, ja. Na ja, aber dafür kann man jetzt hier eigentlich alles besser sehen. Seltsamer, wasserfarbener Trank. Das ist ja unter Wasser für 500 Sekunden. Ja, okay. Okay. Ich bin mir das. Hmm. Hmm. Ich würde da gerne raus. Ja, das ist schon ein bisschen... ...Pandies gewesen. So. Knochenmehl. Ah, okay. Suliris, Aurobe, Kors, Schwert. ...Jeta. Oh. ...Jeta. Da haben sie sich alle... ...selber abgemurkst. ...Selber abgemurkst. Tja, war's das jetzt hier? Scheint mir ja so. Oh, hier scheint nichts sonst mehr zu sein. Also, dass wir uns hier noch rausporten können. Aber damit ist das dann wieder im Einklang mit den anderen Quests sehr interessant eigentlich von der Idee her. Ja, aber ein sehr ernüchterndes Ende. Ähm. Naja, dann müssen wir nach Ark. Äh, Teleport nach Ark. Wobei. Äh, zu spät. Egal. Und dann könnten wir da die Quest abgeben, aber es ist halt noch mitten in der Nacht. Das heißt, der Laden, wo die drin ist, ist zu. Das war ja der Alchemisten-Laden. Aber die Quest an sich ist damit wohl gegessen, nehme ich an. Sitzen einfach nur. Ähm, ja. Dann mache ich hier auch erstmal einen Schnitt. Und warten darauf, dass ich die Sachen von... Und dann werden wir beim nächsten Mal wo wieder weiter erkunden. Hier im... Gülden-Dings da. Ab hier. Da haben wir ja auch noch eine Quest. Und da müssten wir nach Süden runter. Und ich glaube, da kommt man auch noch nach Westen. Und danach haben wir eigentlich nur noch dieses Gebiet hier. Und natürlich die Hauptquest. Ja, okay. Das hier auch noch. Da ist noch Gerippe. Das ist wahrscheinlich dann ein Drachengebiet oder sowas. Aber... Die haben sich ja jetzt auch nicht so wahnsinnig stark angestellt. Schauen wir mal. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.